Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien.tv. Es ist jetzt kurz vor 15.30 Uhr. Das heißt, in 15 Minuten machen die Märkte auf. Diese Zeit will ich noch ganz kurz nutzen, um euch noch einmal zwei Bücher vorzustellen. Denn ich werde immer mal gefragt, wenn wir hier Future-Optionen handeln, was sollte man denn da über Bücher wissen? Um welches geht das heute im Video? Wenn es um Bücher geht, zum Thema Futures, da denkt man immer, die Auswahl wäre so groß. Aber tatsächlich ist es, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Bücher über den Future-Handel direkt gibt. Es gibt natürlich Bücher mit Strategien usw. Aber ich finde, es braucht immer noch ein bisschen Hintergrundwissen, auch, wie Futures denn überhaupt funktionieren, was so die Dinge sind, wie das Future-Zusammenspiel ist, wie so Dinge sind wie Terminstrukturkurve, wie Commitment of Traders Report usw. und so fort. Und deswegen habe ich heute einmal zwei Bücher herausgesucht, die nicht unbedingt die allerneuesten sind. Die sind schon etliche Jahre auf dem Markt. Das eine, was ich euch gleich zeige, gibt es auch nur noch als Nachdruck. Aber ich finde nach wie vor, um in das Thema reinzukommen, sind diese beiden Bücher immer noch sehr, sehr gut geeignet. Das Buch Nummer eins ist von einem meiner Mentoren, obwohl ich ihn nur zweimal im Leben getroffen habe. Aber von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe viel von ihm gelesen, viele Videos geschaut, die es jetzt leider nicht mehr alle im Internet gibt. Aber das war so der, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, nämlich von Larry Williams. Und das Buch heißt Besser Traden. Und ihr seht es hier, das ist der Nachdruck, weil das Original, was ich mal hatte, das habe ich mal irgendjemand geboten und dann war es weg. Dann habe ich mir das nochmal gekauft. Das Originalbuch ist schon irgendwann, ich glaube, 2000 in Deutschland erschienen und irgendwann in den 90er Jahren in Amerika. Und darin beschreibt Larry Williams, wie er mal diese Trading-Weltmeisterschaft gewonnen hat von Robbins. Da hat er ja eine Million gemacht aus 10.000 oder so. Und darum geht es aber gar nicht. Sondern in diesem Buch sind viele, viele Dinge beschrieben über Timing, über ganz simple Sachen wie Spreads beispielsweise. Was sind Future Spreads? Ein Kontrakt gegen den anderen handeln und so weiter. Und deswegen kann ich dieses Buch wirklich jedem Future-Interessierten absolut ans Herz legen. Besser Traden von Larry Williams erschienen im Finanzbuchverlag. Für mich ein sehr, sehr tolles Buch, weil hier drin zum Beispiel so Dinge erklärt sind, die man heutzutage kaum noch findet. Also beispielsweise, was sind die Cod-Daten? Commitment of Traders Report. Gibt es immer mal noch ein bisschen was darüber, aber leider nicht mehr so viel. Larry Williams war der allererste, der das wirklich professionell ausgearbeitet hat. Er hat dann später sogar noch ein anderes Buch darüber geschrieben. Aber hier ist das erste Wert. Hier wird erklärt, wie man das um Interest deuten kann in einem Future. Hier drin wird erklärt, wie der Termin, wie die sogenannte Terminstrukturkurve funktioniert. Das heißt also, wie beispielsweise, was passiert denn, wenn die Futures, die ja normalerweise immer teurer sind, je länger sie laufen aufgrund der Cost of Carry, also der Lagerkosten, wenn sich das Ganze umkehrt. Was passiert da im Markt? Wie kann man das nutzen? Das alles in diesem wirklich kleinen Büchlein, ich habe keine Ahnung, was das kostet, wird nicht viel sein. Wir verlinken es euch auf jeden Fall hier darunter. Und wenn ihr so ein Buch lest, natürlich, da sind jetzt keine Trade-Beispiele drin, die aktuell sind. Ich habe gerade hier eine Seite auf, da geht es um Pork Bellys, also Schweinebäusche, im August 1972. So, da kann man jetzt sagen, ja, was nützt mir denn das? Und da muss ich sagen, das nützt wahnsinnig viel, weil die ursächlichen Dinge an der Börse haben sich seither nicht verändert. Also, es gibt immer noch Angebote, es gibt Nachfrage, es gibt Gier, es gibt Angst und all diese Dinge gibt es noch, auch wenn es mittlerweile die Pork Bellys nicht mehr gibt. Pork Bellys, wer sich erinnert, das war übrigens auch einer der, das war einer der Märkte in die Glücksritter mit Eddie Murphy. Ganz, ganz tolles Buch, deswegen hier nochmal, Besser Traden von Larry Williams aus dem Finanzbuchverlag. Ebenfalls ein etwas älteres Buch schon, das habe ich mir mal gekauft. Da seht ihr übrigens, dass ich früher schon viel Geld in meine Ausbildung investiert habe. Denn dieses Buch hat damals, ich zeige es euch mal, ihr könnt es ja hinten vielleicht sehen, 99 D-Mark gekostet. Also fast 100 Mark, ich habe keine Ahnung, was es jetzt kostet, wir suchen es wieder raus und verlinken es euch da unten. Und zwar, das Buch ist von George Kleinman, Waren, Termingeschäfte, Rohstoffe auf den Weltmärkten erfolgreich traden. Und wir wollen mal gucken, wann das ursprünglich erschienen ist, aber auch schon sehr, sehr lange her. Wahrscheinlich im Original, 2001 ist es erschienen. Also jetzt, okay, 15 Jahre alt, kann man immer noch sehr gut lesen. Und wer ist, George Kleinman? George Kleinman ist ein Händler gewesen an der CMI, vielleicht ist es auch noch, keine Ahnung, an der CMI in Chicago, eigene Brokerfirma gehabt, eigene Handelsfirma gehabt. Und dieses Buch, ihr seht es auch, viel, viel dicker als das von Larry. Und das ist wirklich gut, weil hier sind ganz, ganz viele Dinge drin. Führt schon eine Einführung, technische Analyse, Fundamentalanalyse, ein bisschen geht er auf Optionen ein. Natürlich sind auch hier sogar, schreibt das so schön hier, die 25 Trading-Geheimnisse. Und dann hier hinten, ich muss erst gleich mal kurz rausführen, geht er natürlich auch ein bisschen ein auf das von Jesse Livermore, also wie man damit umgehen sollte. Und ein wirklich tolles, tolles Buch, weil wer jetzt wieder irgendetwas sucht, wo er sagt, wo ist der super Indikator, mit dem ich jetzt sofort kaufen kann und der mir ganz viel Geld macht, der sollte sich das Geld für dieses Buch sparen. Wer aber verstehen will, wie Futures funktionieren, wie die ganzen Backgrounds sind, wie die Hintergründe sind, wie die Marktteilnehmer denken, wie denken die Großen, wie denken die Kleinen, was machen die Broker in der Mitte, was machen die Market Maker. Der muss solche Bücher lesen. Nur durch solche Bücher, durch solche Dinge, die hinter die Kulissen schauen, werdet ihr letztendlich in die Lage versetzt, wirklich erfolgreich am Markt zu handeln. Weil wir natürlich, wir müssen uns auch mit Chartanalyse beschäftigen. Wir müssen wissen, warum sich der DAX, wenn er irgendwie ausbricht, warum er dann nach oben geht und warum nicht. Aber es sind die Hintergründe, die ihr verstehen müsst. Was treibt den Markt an? Was sind die Geldflüsse? Das braucht ihr nicht für einen einzelnen Trade. Aber ihr müsst euch als Trader im Grunde genommen so ein bisschen Hintergrundwissen aufbauen, damit ihr vordergründig agieren könnt. Ich will euch ein ganz einfaches Beispiel aus einem anderen Bereich geben. Wenn ihr sagt, ihr wollt einen Kuchen backen, dann könnt ihr natürlich ein Rezeptbuch kaufen. Und da steht dann drin, ihr müsst irgendwie Mehl und Eier und Milch und Zucker und was weiß ich irgendwie nehmen, zusammenrühren und dann kommt ein Kuchen raus. Und für einen Hausfrauenkuchen wird es auch genügen. Wenn ihr aber wirklich exklusive Torten machen wollt, wenn ihr exklusive Kuchen machen wollt, dann müsst ihr eben ein bisschen mehr verstehen. Dann müsst ihr verstehen, dass es eben, was weiß ich, verschiedene Arten von Zucker gibt, verschiedene Arten von Mehl gibt, dass die eine besser mit der anderen harmoniert, warum ein Hefeteig was anderes ist als ein, was weiß ich, ein Blätterteig oder so. Und das kann der Kochbuchleser, der kann das nicht. Wie gesagt, mal so für den Sonntagnachmittag so einen einfachen hingeschmissenen Kuchen kriegt der auch hin. Aber wenn ihr wirklich professionell werden wollt im Backen, dann müsst ihr Hintergrundwissen haben. So, und jetzt ersetzt einfach das Wort Backen durch Trading. Wenn ihr erfolgreich im Trading werden wollt, braucht ihr Hintergrundwissen. Das Vordergründige, was jeder weiß, was in jedem Buch drinsteht, was in jeder Finanzzeitschrift steht, das lesen auch alle. Und das heißt, wenn ihr genauso schlau seid wie alle anderen, habt ihr keinen Vorteil. Das hier, das liest kein Mensch oder nur ganz, ganz wenige. Und je nachdem, was das Buch jetzt kostet, werden wieder viele sagen, das ist mir viel zu teuer. Aber man kann eben kein großes Geld an den Märkten verdienen, wenn man nicht bereit ist, auch ein bisschen was zu investieren. Und deswegen lest solche Bücher. Billiger kommt ihr nicht an Wissen heran. Deswegen also heute zwei Bücher. George Kleinman, Waren Termingeschäfte und zum anderen Besser Trading von Larry Williams. Jetzt habt ihr Lesestoff für die nächsten paar Wochen. In diesem Sinne euch allen eine schöne, erfolgreiche Woche. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.